Rohe Eier halten sich länger, wenn man sie mit der spitzen Seite nach unten lagert. Das liegt daran, dass sich am runden Ende eine Kammer mit eingeschlossener Luft befindet. Lagert man ein Ei mit der Spitze nach oben, kann es passieren, dass sich die Luftblase mit der Zeit nach oben steigt. Das kann wiederum dazu führen, dass sich die Eihaut ablöst und Keime eindringen. Daher ist es ratsam, Eier im Kühlschrank mit dem spitzen Ende nach unten aufzubewarten. Wenn euch der Beitrag gefallen hat und ihr ihn hilfreich fandet, dann lasst mir ein Like hier, abonniert meinen Kanal und gerne könnt ihr auch einen Kommentar unter dem Beitrag abgeben.